In dieser Runde, du spiele ich Offizier? Ja, ich gebe mir keine Randoms an, das gebe ich ja auf und zu in der Runde Was daran liegt, dass ich gefrustet war und warum seht ihr im Video Hashtag steht im mittleren Markku, einmal bitte einen Pionier losschicken Mike geht auf Mike, bewegen mal keine neue Garni bauen Jo, wo braucht ihr jetzt einen Heavy Tank? Das ist keine neue Karte Nö, die Punkte sind ganz normal Schmeiß mal ab, schmeiß ab Jungs, wir haben zwei feindliche Panzer und ein leichtes Mal bitte Spiegel, nicht gerade tot Die stehen westlich vor dem WN7 Leute, wir brauchen mehr Garnis Wo fährt denn unser Heavy Tank hin? Du kannst dich doch mal um die dicken Panzer da kümmern, oder? Bin ich unterwegs Was sind das für aufgeklärte Panzer? Da hinten Konne ich nicht sagen, ich konnte so mal auf der Sienchenchen sein, aber nicht mehr oder Heavy Ja, auf Ping war einer, hab ich Minus Kann bekämpfen Wir haben aber auch einen normalen, ähm Transporter oder Supply Tower ganz und beiden Hier hinten ist schon Minus, aber Ja, die sind doch bei meiner Leiche Wir sind tot, sorry Du steigst aus, fahr'n du weiter ab Du steigst aus, fahr'n du weiter ab Ja Es ist mir mittlerweile sowas von schnurz, wird egal Ich kann die ganzen Scheiße So einen Anbilder in HQ habe ich erwischt Ich find aber seinen Partner noch nicht Sauber Aufklärer Flugzeug sollte jetzt doch drüber kommen, wenn ihr den noch braucht Äh, das wär ja trotzdem noch gut Aber er war interessant Kommt Hau, guck, dass ihr euch einen OP da bitte setzt Auf Ping nicht Ich weiß, wo die sind Auf mittleren Weg, da haben die sicher so einen OP, weil ja kommen sie immer her um die Ecke Ja, alles gut Weg Afghani, steh' ich wieder Ja Äh, hier ist gerade eins gespawnt Dann nehmen wir einfach das, ok? Ja, alles gut, ja Hier bei dem Gebäude Gibt Spannversichtung, Männer? Warte, eine Sekunde Aktuell sieht's trocken aus Welches Gebäude? Da bei dir? Was ist jetzt hier zu nahe? Ach mein Weg Warte mal kurz, jetzt haben sie da gar nicht so bescheuert Ja, hier bei mir Ja Einfach abschmeißen So, fliegen Ich möchte jetzt bitte erstmal alle, äh, verteidig-, also erstmal Verteidigung sehen Wir müssen gucken, was rauskriegen Der Commander ist zumindest ehrlich müde, aber Einzelnen, ja Die Vorräte baue ich ab Wenn du magst du dich nirgends bauen Mit meinem Kollegen Das wär so lieb, wir brauchen nirgends Weil ohne Panzer können wir nix kriegen Mike, find Garni Marker Da sind Supplies runtergekommen, wir haben abgebaut So, dann setzen wir oben einen hin bitte Panzer, was hat euch zerstört und von wo? Ich glaub den Marker kannst du wecken, weil es waren noch die Supplies, oder? Ja, ich hatte den Marker da hingesetzt, damit das die Leute wissen, wo Weil das ja auch Rückschlüsse auf die Feind gar nicht ermöglicht Achso, okay, alles klar Ich verstehe 45 Sekunden kommt ein Aufklärer, Jungs Alter, wie ich diese nicht redenden Squadleads hasse, ne? Ah! Na, nen Lux hast du, oder? Lux kann ich nicht geben, ich kann nicht mal nen Lux raushauen Achso, aber gleich, gleich in zwei Minuten, in einer, äh, zwei Sekunden Ah! Ja, wenn du bei mir in der Nähe bist Hier am Kartenrand, massiv feind, die setzen OP Ja, ich finde, bei mir bin ich auch grad gestorben Ja, ich kann kein OP setzen, dauert noch 30 Sekunden Jetzt kannst du uns nen Lux stellen Ja, jetzt steht er, wo, hab wollen wir ihn haben? Nach unten bitte Kappen denn gerade, sorry, muss noch was warten Ich wurde gerollt Wir sind eins zu eins in der DEF Ich schick jetzt ein Aufklärerflugzeug bei uns Männer, markiert mal den Panzer, wenn ihr wisst, wo der ist Jo, kommt jetzt ein Aufklärerflugzeug, dann können wir gucken, wo der ist Ein Schuss und ein Treffel, das ist Wahnsinn Kommt auch schon wieder irgendwas gefahren Ja, das ist unser Es ist schon peinlich, ne, dass ein Scharfschütze nix hingekriegt Und ich hier auf größere Distanz die Leute erschieße Als unser Scharfschütze da eben, es ist so albern Das Spiel macht echt keinen Spaß mehr Irgendwann tut mir leider, ich muss mich jetzt leider verlassen Jemand anderes muss in meinen Posten rein Richtung Mike Richtung Mike Find Garni Marker Find Supplies Habt ihr einen Puma für uns, unteres Hakum? Wir haben keinen Commander mehr Boah, verdammt Ich komm nicht mal ran an den Karten ran Das ist so albern Es ist einfach nur noch albern Und das gegnerische Team spielt nicht gut, die laufen ja über das offene Feld Die wundern sich wahrscheinlich, dass sie erschossen werden Barry hat mich schon dreimal, viermal Ich bin gleich Richtung Klaufe Jetzt kriegt der Pfarr-Ein-Panzer-Unterstützung, jetzt war's das im Großen und Ganzen Ist ja ein Net-Ein-Panzer da Nimm mal Grob in Richtung, wo er mal im Infanter-Ein-Panzer mag, aber der ist Oh scheiße, die sind direkt hier dran Die Dev bricht jeden Moment zusammen, ne? Das ist euch klar, Leute Ja, jetzt ist hier meine Karte Ja, man passt ja Das stimmt ja Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video Hier habe ich jetzt noch eine Runde auf Foy für euch Solltet ihr euch auch ansehen Es war auch eine Glanzleistung des Teams Dass sie dem Gegner den Weg in den Hardcap zugeraucht haben Sodass die problemlos reingekommen sind Guckt's euch an, verzweifelt dran Viel Spaß dabei